Es gibt eine bemerkenswerte Substanz, die in den Vereinigten Staaten unter dem Namen Monolaurin bekannt ist. Dort wird sie zu sehr hohen Preisen in Apotheken verkauft, da sie angeblich Viren, Pilze und Bakterien effektiv bekämpft. Diese Substanz hat sich aufgrund ihrer bemerkenswerten medizinischen Eigenschaften einen Namen gemacht. Was oft unerwähnt bleibt, ist die Tatsache, dass sie in einer noch reineren und erschwinglicheren Form erhältlich ist. In einem natürlichen Öl, das in vielen Supermärkten leicht zugänglich ist. Dieses Öl hat das Potenzial, Krankheiten vorzubeugen und sogar zu heilen, was möglicherweise dazu führt, dass Pharmaunternehmen hohe Einnahmen verlieren könnten, wenn es täglich verwendet wird. Das besagte Öl ist Kokosöl, eine natürliche Quelle von Monolaurin und bekannt für seine vielseitigen gesundheitlichen Vorteile. Kokosöl ist reich an mittelkettigen Fettsäuren, insbesondere Laurinsäure, die im Körper in Monolaurin umgewandelt wird. Monolaurin ist eine kraftvolle Verbindung, die antimikrobielle, antivirale und antimikotische Eigenschaften besitzt. Diese Fähigkeiten machen es zu einem wirksamen Mittel gegen verschiedene Infektionen, darunter solche, die durch Krankheitserreger wie das Influenzavirus verursacht werden. Moderne Studien bestätigen, dass Kokosöl das Immunsystem stärken, Infektionen bekämpfen und die allgemeine Gesundheit fördern kann. Es wird sogar behauptet, dass es beim Gewichtsmanagement helfen und die Herzgesundheit verbessern kann, was es zu einem äußerst vielseitigen, natürlichen Heilmittel macht. Die Geschichte der Verwendung von Kokosöl reicht weit zurück. Bereits vor über 4000 Jahren wurde es in Indien im Rahmen der ayurvedischen Medizin eingesetzt. Es dient zur Behandlung von Haut- und Haarproblemen, zur Verbesserung der Verdauung und zur Stärkung des Immunsystems. Auch in den traditionellen Heilpraktiken Südostasiens und der Pazifischen Inseln spielte Kokosöl eine zentrale Rolle. Dort wurde es sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet, zur Wundheilung als Schutz vor Sonne und zur Pflege von Haut und Haaren. Die Polynesier, die Kokospalmen als Baum des Lebens verehrten, nutzten das Öl in ihrer Ernährung und für medizinische Zwecke. Es wurde als essentiell für Gesundheit und Langlebigkeit betrachtet. Ebenso erkannten die Menschen auf den Philippinen die heilenden Eigenschaften von Kokosöl und verwendeten es zur Behandlung von Atemwegs- und Verdauungsproblemen sowie bei Verletzungen und Verbrennungen. Diese traditionellen Anwendungen wurden über Generationen weitergegeben und sind bis heute ein fester Bestandteil der Volksmedizin in diesen Regionen. Erst während der Kolonialzeit des 16. und 17. Jahrhunderts wurde Kokosöl von europäischen Entdeckern in die westliche Welt gebracht. Diese waren beeindruckt von den positiven Auswirkungen des Öls auf die Gesundheit der indigenen Völker, die sie besuchten. In Europa fand Kokosöl schnell Verwendung in der Herstellung von Kosmetika und Naturheilmitteln. Dennoch blieb das Wissen um seine medizinischen Eigenschaften lange Zeit auf tropische Regionen beschränkt. Erst im 20. Jahrhundert erlangte Kokosöl durch wissenschaftliche Forschung weltweit an Bedeutung. Die moderne Wissenschaft hat die einzigartigen Eigenschaften von Kokosöl weiter untersucht. Besonders die in ihm enthaltenen mittelkettigen Fettsäuren, darunter Laurinsäure, wurden als Schlüsselkomponenten identifiziert. Laurinsäure wird vom Körper in Monolaurin umgewandelt. Eine Substanz, die nachweislich schädliche Mikroorganismen abtötet. Studien zeigen, dass Monolaurin in der Lage ist, Bakterien, Viren und Pilze zu zerstören, ohne dabei die gesunden Zellen im Körper zu schädigen. Dies macht Kokosöl zu einem natürlichen und sicheren Heilmittel für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen. Neben seinen antimikrobiellen Eigenschaften hat Kokosöl auch zahlreiche andere gesundheitliche Vorteile. Es kann dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu regulieren und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Darüber hinaus wird es häufig in der Hautpflege verwendet, da es die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, sie geschmeidig macht und gleichzeitig vor äußeren Einflüssen schützt. Einige Studien deuten auch darauf hin, dass Kokosöl die kognitive Funktion verbessern und möglicherweise neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer positiv beeinflussen kann. Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil von Kokosöl ist seine Rolle beim Gewichtsmanagement. Die mittelkettigen Fettsäuren im Öl werden vom Körper effizient als Energiequelle genutzt, was den Stoffwechsel anregt und die Fettverbrennung fördert. Diese Eigenschaft macht Kokosöl besonders für Menschen attraktiv, die die Gewicht verlieren oder ihr Gewicht halten möchten. Obwohl die Vorteile von Kokosöl durch zahlreiche Studien belegt sind, bleibt es ein weitgehend unterschätztes Naturheilmittel. In einer Welt, in der pharmazeutische Unternehmen oft dominieren, könnte die einfache Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Kokosöl als Bedrohung für deren Geschäftsmodelle angesehen werden. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass dieses Öl, das seit Jahrhunderten in traditionellen Heilmethoden verwendet wird, auch in der modernen Zeit ein wertvolles Mittel zur Förderung der Gesundheit sein kann. Kokosöl hat nicht nur einen festen Platz in der Küche, sondern wird auch für seine außergewöhnlichen gesundheitlichen Vorteile geschätzt, die Experten und Wissenschaftler gleichermaßen überraschen. Eine Vielzahl von Studien belegt die positiven Effekte dieses vielseitigen Öls sowohl auf die Gesundheit als auch auf das Wohlbefinden. Im Folgenden wird ausführlich dargelegt, wie Kokosöl in verschiedenen Bereichen genutzt werden kann, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein bemerkenswertes Merkmal von Kokosöl ist seine antimikrobielle, antimykotische und antivirale Wirkung. Diese Eigenschaften sind auf den hohen Gehalt an Laurinsäure zurückzuführen, die etwa die Hälfte der Fettsäuren im Öl ausmacht. Im Körper wird Laurinsäure in Monolaurin umgewandelt, einen Wirkstoff, der nachweislich Bakterien und Viren neutralisiert. Eine im Journal of Medicinal Food veröffentlichte Studie zeigte, dass Kokosöl besonders effektiv gegen Krankheitserreger wie Staphylococcus aureus, ein Bakterium, das Hautinfektionen verursacht, und Candidaida albicans, einen Pilz, der systemische Infektionen auslösen kann, wirkt. Für die praktische Anwendung wird empfohlen, täglich ein bis zwei Teelöffel Kokosöl zu konsumieren, um Infektionen vorzubeugen. Außerdem kann das Öl direkt auf Wunden oder betroffene Hautstellen aufgetragen werden, um den Heilungsprozess zu fördern. Die Herz-Kreislauf-Gesundheit kann ebenfalls von Kokosöl profitieren. Obwohl es sich um ein gesättigtes Fett handelt, deuten moderne Studien darauf hin, dass es den Gehalt an HDL-Cholesterin, dem guten Cholesterin, erhöhen und gleichzeitig LDL-Cholesterin, das als schlecht gilt, reduzieren kann. Eine Untersuchung, die im American Journal of Clinical Nutrition publiziert wurde, verglich Kokosöl mit anderen Pflanzenölen und stellte fest, dass der regelmäßige Konsum von Kokosöl zu einer signifikanten Verbesserung des Lipidprofils führte. Wer Kokosöl in den Speiseplan integrieren möchte, kann es beispielsweise zum Kochen oder in Smoothies verwenden. Ein Teelöffel pro Tag ist ein guter Einstieg, der schrittweise gesteigert werden kann. Ein weiterer beeindruckender Vorteil von Kokosöl ist seine Fähigkeit, den Gewichtsverlust zu unterstützen. Dies liegt an den mittelkettigen Triglyceriden, MCTs, die schneller in Energie umgewandelt werden als andere Fette. Eine im European Journal of Clinical Nutrition veröffentlichte Studie zeigte, dass MCTs den Stoffwechsel ankurbeln und den Kalorienverbrauch erhöhen können, insbesondere bei übergewichtigen Menschen. Zur Unterstützung der Gewichtsabnahme kann Kokosöl beispielsweise in Kaffee oder Tee eingerührt werden. Auch Proteinshakes lassen sich mit einem Esslöffel Kokosöl aufwerten, was zusätzlich das Sättigungsgefühl steigert. Bemerkenswert ist auch der Einfluss von Kokosöl auf die Gehirnfunktion, insbesondere bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer. Die in Kokosöl enthaltenen MCTs werden in der Leber zu Ketonkörpern umgewandelt, die eine alternative Energiequelle für das Gehirn darstellen. Eine Studie der University of South Florida ergab, dass Alzheimer-Patienten, die regelmäßig Kokosöl konsumierten, deutliche Verbesserungen in kognitiven Fähigkeiten und Gedächtnisleistungen zeigten. Betroffene können mit einem Teelöffel täglich beginnen und die Menge schrittweise erhöhen. Auch Haut- und Haarpflege profitieren stark von den Eigenschaften des Kokosöls. Dank seiner feuchtigkeitsspendenden und antimikrobiellen Wirkung wird es häufig zur Behandlung von Hautproblemen wie Eczemen und Psoriasis eingesetzt. Laut einer im Dermatitis Journal veröffentlichten Studie war Kokosöl bei der Verbesserung der Hautfeuchtigkeit effektiver als viele herkömmliche Produkte, insbesondere bei Menschen mit atopischer Dermatitis. Zur Anwendung kann Kokosöl direkt auf trockene oder gereizte Haut aufgetragen und sanft einmassiert werden. Für die Haarpflege eignet es sich hervorragend als Maske. Auf die gesamte Haarlänge auftragen, 30 Minuten einwirken lassen und anschließend ausspülen. Bei der Kontrolle von Typ 2 Diabetes spielt Kokosöl ebenfalls eine unterstützende Rolle. Es verbessert die Insulinsensitivität und hilft dabei, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Eine im Journal of Lipids veröffentlichte Studie zeigte, dass die in Kokosöl enthaltenen mittelkettigen Fettsäuren den Körper darin unterstützen, Insulin effizienter zu nutzen. Ein Esslöffel Kokosöl, der zu kohlenhydratreichen Mahlzeiten hinzugefügt wird, kann Blutzuckerspitzen reduzieren und die allgemeine Blutzuckerkontrolle verbessern. Schließlich sind die entzündungshemmenden Eigenschaften von Kokosöl besonders hilfreich für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Arthritis. Es kann Entzündungen im Körper reduzieren und so Schmerzen und Schwellungen lindern. Diese Wirkung macht Kokosöl zu einem wertvollen Bestandteil in der Ernährung von Menschen, die an entzündungsbedingten Beschwerden leihen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kokosöl ein wahres Multitalent ist und das sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden kann. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die beeindruckenden gesundheitlichen Vorteile machen es zu einem unverzichtbaren Begleiter für eine ganzheitliche Gesundheitsförderung. Die wissenschaftliche Zeitschrift Journal of Inflammation Research veröffentlichte eine bemerkenswerte Studie, die zeigte, dass kaltgepresstes Kokosnussöl im Tierfurcht dazu beiträgt, Entzündungsmarker zu reduzieren. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass ähnliche Vorteile auch für den Menschen möglich sind. Die Anwendung von Kokosnussöl kann auf zweierlei Weise erfolgen. Einerseits kann es direkt auf entzündete Hautstellen aufgetragen werden, um Linderung zu verschaffen. Andererseits wird empfohlen, täglich ein bis zwei Esslöffel davon zu konsumieren, um von den vielfältigen positiven Eigenschaften dieses natürlichen Mittels zu profitieren. Kokosnussöl gilt als ein wahrhaftiges Geschenk der Natur. Seine Nutzen erstrecken sich weit über die reine Bekämpfung von Entzündungen hinaus. Studien dokumentieren eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit sowie Unterstützung bei neurologischen Erkrankungen. Dieses Öl hat nicht nur schützende Eigenschaften gegenüber Infektionen, sondern trägt auch maßgeblich zur allgemeinen Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Dennoch sollte beachtet werden, dass jeder Mensch individuell auf Behandlung reagiert. Es ist daher ratsam, vor der Anwendung, besonders bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten, Rücksprache mit einem Arzt zu halten. Dies stellt sicher, dass Kokosöl keine bestehenden Therapien oder medizinischen Zustände negativ beeinflusst. Die Frage, warum die Pharmaindustrie nicht stärker über die Vorteile von Kokosnussöl aufklärt, lässt Raum für Spekulationen. Einige argumentieren, dass der Fokus der milliardenschweren Pharmaindustrie auf dem Verkauf von Medikamenten liegt, die häufig lediglich Symptome behandeln, anstatt die Ursachen von Krankheiten zu bekämpfen. Ein natürlicher Wirkstoff wie Kokosnussöl, der präventiv wirkt und sogar Heilung fördern könnte, würde möglicherweise einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust für diese Unternehmen bedeuten. Es ist bekannt, dass Kokosnussöl Viren, Pilze und Bakterien bekämpft, den Stoffwechsel anregt, Entzündungen lindert und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer entgegenwirken kann. Und das alles ohne Rezeptpflicht oder hohe Kosten. Diese Tatsachen könnten jedoch die Nachfrage nach herkömmlichen Medikamenten reduzieren, weshalb Informationen über solche natürlichen Alternativen oft nicht ausreichend verbreitet werden. Die Wirkung von Kokosnussöl wird durch seine einzigartigen Bestandteile unterstützt. Mittelkettige Fettsäuren wie Laurinsäure werden vom Körper leicht aufgenommen und entfalten ihre positiven Effekte schnell. Sie wirken entzündungshemmend, fördern die Reinigung des Körpers und helfen dabei, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Vorteile spiegeln sich nicht nur in der Gesundheit wieder, sondern auch im äußeren Erscheinungsbild. Eine Methode, um Kokosnussöl optimal zu nutzen, ist die tägliche Einnahme eines Esslöffels auf nüchternen Magen. Dies kurbelt den Stoffwechsel an, unterstützt die Fettverbrennung und verbessert die Verdauung. Für Anfänger empfiehlt es sich, mit einem Teelöffel zu starten und die Menge langsam zu steigern. Gleichzeitig hilft Kokosnussöl, das Gleichgewicht der Darmflora zu fördern und schädliche Mikroorganismen im Verdauungssystem zu bekämpfen. Neben der inneren Anwendung zeigt Kokosöl auch beeindruckende Effekte auf der Haut. Es eignet sich hervorragend zur Pflege, insbesondere nach dem Duschen, wenn es auf die noch feuchte Haut aufgetragen wird. So wird die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, während eine schützende Barriere gebildet wird, die den Feuchtigkeitsverlust verhindert. Zudem besitzt Kokosöl Anti-Aging-Eigenschaften, die helfen, Falten und Altersflecken vorzubeugen. Bereits nach wenigen Tagen regelmäßiger Anwendung wirkt die Haut weicher, hydratisierter und erhält eine gesunde Strahlkraft. Auch für die Haarpflege ist Kokosöl ein wertvoller Helfer. Es kann als tiefenwirksame Haarmaske verwendet werden, indem es großzügig auf die Kopfhaut und die Haarlängen aufgetragen wird. Nach einer Einwirkzeit von mindestens einer Stunde vor der Haarwäsche entfaltet es seine nährenden Eigenschaften, stärkt die Haarstruktur und beugt Trockenheit sowie Haarbruch vor. Bereits nach wenigen Anwendungen wird das Haar geschmeidiger, glänzender und leichter kämmbar. Kokosöl unterstützt somit nicht nur die äußere Schönheit, sondern trägt auch zur Stärkung von Haar und Haut bei. Das Potenzial von Kokosöl ist immens und reicht weit über kosmetische Anwendungen hinaus. Die Forschung zeigt, dass es eine natürliche Alternative zu vielen herkömmlichen Behandlungsmethoden darstellt. Wenn mehr Menschen die Vorzüge dieses Öls nutzen würden, könnte dies zu einer grundlegenden Veränderung in der Gesundheitsversorgung führen. Es bleibt daher eine persönliche Entscheidung, die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und sich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, die dieses einfache, aber kraftvolle Naturprodukt bietet. Wenn sie abends etwas für ihre Gesundheit tun möchten, könnte die Einnahme eines zusätzlichen Teelöffels Kokosöl vor dem Schlafen gehen eine effektive Methode sein. Dieses natürliche Produkt unterstützt den Körper dabei, während der Nacht den Heilungsprozess fortzusetzen. Es versorgt die Zellen mit wichtigen Nährstoffen und fördert deren Reneration. Darüber hinaus kann der Verzehr vor dem Schlafen nicht nur die Qualität ihres Schlafs verbessern, sondern auch dessen Dauer positiv beeinflussen. Dies ist ein entscheidender Faktor für eine nachhaltige Erholung und Vitalität. Wenn sie dieses Protokoll sieben Tage hintereinander konsequent einhalten, wird ihr Körper spürbare Veränderungen erfahren. Es ist möglich, dass Schmerzen und Entzündungen deutlich abnehmen, während sich ihr Energieniveau merklich steigert. Ein weiterer Effekt könnte ein gestärktes Immunsystem sein, was dazu beiträgt, Infektionen abzuwehren und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Zusätzlich können sie mit hydratisierter und strahlender Haut sowie kräftigerem, gesünderem Haar rechnen. Kokosöl wirkt nicht nur äußerlich, sondern entfaltet seine heilenden Eigenschaften auch von innen, was es zu einer vielseitigen und kraftvollen Substanz macht. Durch die doppelte Anwendung, sowohl äußerlich auf der Haut als auch innerlich durch den Verzehr, können die positiven Effekte maximiert werden. Dies liegt an den einzigartigen Bestandteilen des Kokosöls, insbesondere an seinen mittelkettigen Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und gleichzeitig Energie liefern. Dieses Protokoll zielt nicht nur auf kosmetische Verbesserungen ab, sondern strebt eine ganzheitliche Heilung an. Kokosöl bietet dem Körper eine natürliche Unterstützung, um Gesundheit und Wohlbefinden wiederherzustellen. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass eine konsistente Anwendung der Schlüssel zum Erfolg ist. Nach sieben Tagen sollten Sie eine nachhaltige Verbesserung Ihres allgemeinen Gesundheitszustands bemerken. Trotz seiner beeindruckenden Vorteile sollte jedoch nicht übersehen werden, dass Kokosöl keine Wunderlösung ist. Es ist eine wertvolle Ergänzung, die in Kombination mit einem gesunden Lebensstil und einer ausgewogenen Ernährung besonders effektiv ist. Bei ernsthaften, gesundheitlichen Problemen ist es jedoch unerlässlich, ärztlichen Rat einzuholen. Kokosöl kann zwar die Symptome vieler Beschwerden lindern, ersetzt jedoch keine professionelle medizinische Behandlung. Die Zusammenarbeit mit einem Arzt stellt sicher, dass Sie die bestmögliche Therapie erhalten. Die Geschichte und Eigenschaften von Kokosöl sind faszinierend. Seit seiner Entdeckung wurde es aufgrund seiner antimikrobiellen Wirkungen und der Fähigkeit, den Körper bei verschiedenen Beschwerden zu unterstützen, geschätzt. Studien haben gezeigt, dass es helfen kann, schädliche Mikroorganismen zu bekämpfen und gleichzeitig die Heilung zu fördern. Dieses Wissen hat dazu geführt, dass Kokosöl nicht nur in der Küche, sondern auch in der Hautpflege und sogar in der alternativen Medizin immer beliebter wird. Durch seine einzigartige Konsistenz und Zusammensetzung ist es eine kraftvolle, natürliche Substanz, die vielseitig einsetzbar ist. Ein sieben Tage lang durchgeführtes Protokoll kann transformative Ergebnisse erzielen. Indem Sie Kokosöl regelmäßig einnehmen und äußerlich anwenden, geben Sie Ihrem Körper die Möglichkeit, sich vollständig zu regenerieren. Die Vorteile reichen von einer verbesserten Hautgesundheit über glänzendes Haar bis hin zu mehr Energie und einem gestärkten Immunsystem. Diese umfassenden Effekte zeigen, dass Kokosöl weit mehr ist als nur ein Pflegeprodukt. Es ist ein Werkzeug zur Förderung der ganzheitlichen Gesundheit. Es ist wichtig, dieses Wissen mit anderen zu teilen, damit auch Sie von den Vorteilen des Kokosöls profitieren können. Die Verbreitung solcher Informationen kann für Menschen, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, von entscheidender Bedeutung sein. Indem Sie dieses Wissen weitergeben, tragen Sie dazu bei, Mitgefühl und Menschlichkeit zu fördern und möglicherweise das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Kokosöl bietet nicht nur Heilung, sondern inspiriert auch dazu, auf natürliche Weise für das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Dennoch bleibt die wichtigste Botschaft. Kokosöl kann ein wertvoller Bestandteil Ihrer Gesundheitsroutine sein. Aber es sollte immer in Verbindung mit anderen Maßnahmen betrachtet werden. Die Konsultation eines Arztes bleibt der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie die für Ihre individuellen Bedürfnisse geeignete Behandlung erhalten.